ich bin gleich angekommen endlich wo ich schicke mich ja hier quer durch die wüste wo ist wo kommen wir denn da hin naja wollen wir hier ein bisschen seriös wirken und wenn deswegen das gejammer ein bisschen einschränken nein quatsch und wo da hinten ich meine natürlich dahinten da hier du wenigstens bin ich jetzt beim fluss außenposten zu dem ich jetzt bestimmt nicht nochmal laufen werde ich hoffe man kann sich dahin parten das wäre voll cool aber ich glaube ich muss eher laufen so wie ich mein glück kenne auch noch mal laufen habe ich jetzt keinen nervt deswegen oi mir tun noch langsam die ohren vom headset tragen wie es ist ungewohnt wenn man die drei stunden am stück auf hat ah wunderbar so kann ich arbeiten macht es mir einfach nach die ist jetzt natürlich nicht da um mir zu helfen deswegen müssen wir alleine da zurecht kommen die waren noch mal wo auch da oben ja gut die kann ich ja eh nicht alleine platt machen deswegen haben die sich fürs erste mal erledigt weil ich habe keine lust mehr auf bäms das war heute zu viel bäms auf einmal deswegen umgehen wir die jetzt mal galant gehen ui schnurstracks zu unserem boss hier oben bitte sagt mir nicht dass er es ist bitte nicht welcher ist denn das hä oh bin ich zu weggelaufen das ist nicht gut hehehe verdammte axt ach den den die vorhin platt gemacht hat mit dem oh beide haa toll jetzt kriege ich die natürlich nicht mehr ab ja die sind grau aber wenigstens dass sie schneller down gehen dass ich hier habe ich doch gern gemacht ich muss jetzt hier warten bis ich die machen kann ich werde gebufft dankeschön so jetzt müssen wir nur hier warten mana ist alles fit jetzt kann ich eigentlich nur hoffen dass sie mich nicht zu sehr platt hauen das wäre nämlich sehr ärgerlich vor allem da die beide so nebeneinander sind das ist so das ist so Beseitigt im Vorhof der Ruinen, super. Jetzt bräuchte ich allerdings mal einen leichten Heal, weil die haben ja doch einige Kanten rausgehauen. Es ist natürlich nix da um mich zu heilen, dann müssen wir das so versuchen. Kriegen wir das hin, kriegen wir das hin, kriegen wir das hin. Ah, die haben den grad wahrscheinlich kaputt gehauen. Ich hab mich mal ein klein bisschen in den Hintergrund, bevor der respawnt. Letztes aufbäumen, foliante Siegel. Ich krieg ja wenigstens relativ flott wieder ein bisschen Leben dazu. Oder ist der da oben? Na, ich glaub, der müsste hier im Vorhof… Ja, der ist hier… Ach, der kann ich sowieso nicht hoffen, von daher ziehe ich das sowieso erledigt. Na gut. Ah, da ist er doch. Komm, 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 komm. Scheiße. Das war nicht gut. Scheiße! Ich verkacke. Komm, bin ich alleine unterwegs, so hau ich alles. Komm schon. Puh. Gott sei Dank. Getroppt hat er auch nix, aber weg. Hauptsache weg hier. Oder ich versuche einmal so. Nein. Das ist ja immer irgendwie das Falsche. Ups, ich wollte nicht gegen das Mikro hauen. Bitte kommt, hast irgendjemanden hier das Machen, die Bams, damit ich hier direkt kommen. Ups. Was zum... Ich kann die leider nicht bekämpfen alleine. Das wäre... Ja, das wäre durchaus Selbstmord. Meine Sammelsachen nehmen auch noch ganz schön an Höhe an. Ich bräuchte nur... Ui. Ich bräuchte nur mal die Bogenschützen von vorhin. Das wäre schön. Dann wäre ich hier nämlich ruckzuck fällig. Aber naja. Jetzt bräuchte ich nur noch einen, der mich nach Tullofan portet. Aber die scheint es hier nicht zu geben. Na ja, hier gibt es wirklich keinen, der mich porten kann. Ach, ist doch scheiße! Hä? Will mir jemand 500 Gold schenken? So viel Geld hätte ich gerne mal. Ich meine, ich habe 142 und das ist für meine Verhältnisse ganz viel... Äh, so mehr als viel. Normalerweise habe ich ja nicht mal ansatzweise so viel. Ich könnte aber mal 80 Gold ausgeben, um meine Tasche zu erweitern. Das wäre jetzt noch keine so lohnende Investition, aber... Da da da! Und dass ich die Quests... Alle hinter mir habe, die die jetzt noch suchen mit den Bams. Da da da! Zwischen meiner... Hm. Ah! Düstere Kathedrale. Auch die ist da unten drin. Die ist ja auch einiges weiter als ich. Hätte ich das gemacht, wäre ich jetzt auch so weit, aber... Naja. Wer es nicht im Kopf hat, ne? Und dadurch habe ich die BAM-Quests hinter mir. Das macht mich... Unheimlich, unheimlich zufrieden und glücklich und toll und... Unheimlich, unheimlich zufrieden und glücklich und toll und... Oh. Hätten wir aber ganz schön viel noch gemacht, wenn wir jetzt die... Nur die Kampagne gemacht haben. Ich dachte eigentlich, das geht ein bisschen zackiger. Aber anscheinend ist die eben nicht so. So. Aber wenn sie sagt, dass man, ähm... Dass man dadurch die Instanzen-Quests freispielen kann, dann ist das natürlich was, was ich unbedingt machen will. Weil ich die Instanzen natürlich auch mal... Wir haben sie ja schon einmal durch, aber dass ich die mal durchspielen kann mit allen... Quests, die man dafür braucht und... Da macht die ja oft mehr Spaß, die Instanzen, finde ich, wenn man da auch die Möglichkeit hat... Ne? Seht dies mit Freude. Oh, 420.000 XP. Komm. Und das ist schlechter. Ach, neuer Kampagnen-Quest. Was ganz Neues. Braucht ihr Hilfe? Gibt's hier nicht sowas wie ein Mobiltelefon, dass ich nicht immer von A nach B flitzen muss? Schön, dass wir uns treffen. So. Oh, Leute. Ihr steht... Ihr steht 100 Meter auseinander, ja? Braucht ihr Hilfe? Was ist denn das Kreuzfahrerlager? Ach. Ja. Da hab ich jetzt aber keinen Nerv zu. So. Da. Danke, 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 danke. Ich sollte die echt öfter benutzen, das ist viel praktischer. Um einiges praktischer. Ach. Da. Du. Seid gegrüßt, mein Kiel.